Also ich für meinen Teil finde es ja schon mal gut, dass sich hier unsere Bundesmutti nicht da von diesem NRW-Lasch-Lascher-Lattet hat reinquatschen lassen mit der gesamten Geschichte, Ausgangsverbot, Ritrat, Rolala. 3. Mai ist jod, können wir mit leben und wir sagen darauf erstmal ein Eierlikörchen. In dem Sinne, mal gut, bleibt gesund und schön zu Hause bleiben.